Karl-Jakob Burkhardt war ein Schweizer Diplomat, Essayist und Historiker. Als sein literarisches Hauptwerk gilt die von 1935 bis 1967 veröffentlichte dreibändige Richelieu-Biografie. Im Jahr 1937 wurde er vom Völkerbund zum Hohenkommissar für die freie Stadt Danzig ernannt. Von 1944 bis 1948 fungierte er als Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Leben Karl-Jakob Burkhardt wurde als Sohn des Juristen und Politikers Karl-Christoph Burkhardt in Basel geboren und absolvierte das Gymnasium in seiner Heimatstadt und in Glarisek. Anschließend studierte der Großneffe des Kulturhistorikers Jakob Burkhardt Geschichtswissenschaften an den Universitäten Basel, München, Göttingen sowie Zürich und schloss sein Studium 1918 mit der Promotion zum Dr. Phil. Ab von 1918 bis 1922 war er Gesandtschaftsattaché in Wien, wo er Hugo von Hofmannsthal kennenlernte und sich später mit ihm befreundete, wie aus dem Briefwechsel mit dem Dichter zu erfahren ist. 1926 habilitierte er sich an der Universität Zürich. Drei Jahre später wurde er hier zum Professor für neuere Geschichte berufen. Von 1932 bis 1937 und von 1939 bis 1945 war er darüber hinaus auch in Genf als Professor für Geschichte am Institut Universitär de Hautes Etudes. International ist tätig. In seinem literarischen Schaffen befasste sich Burkhardt mit großen Gestalten der europäischen Geschichte. 1935 erschien der erste Teil seines Hauptwerkes, der später dreiteiligen Biographie Richelieu. Einige Texte seines Werkes lassen die konservative politische Grundhaltung erkennen. So sieht er etwa im Essay der Hornette um den Höhepunkt des französischen Absolutismus im 17. Jahrhundert als das große französische Jahrhundert, in dem die Erziehung des vornehmen Menschen stattgefunden habe. Im Essay Friedrich von Gens bedauert er die endgültige Opferung des von unabsehbarer Zukunft zur reichen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation durch die neue Ordnung der konservativen Mächte nach der Niederlage. Napoléons 1923 war Burkhardt im Rahmen eines Besuches griechischer Kriegsgefangener in der Türkei erstmals für das IKRK aktiv. Zehn Jahre später wurde er Mitglied des Komitees und besuchte in dieser Funktion 1935 und 1936 Konzentrationslager in Deutschland. Am 18. Februar 1937 ernannte ihn der Völkerbund zum Hohenkommissar für die seit dem Versailler Vertrag unter Völkerbund auf Sicht stehenden Freie. Statt dann sich dort war die Gleichschaltung zu seinem Amtsantritt bereits vollendet. 1941 übernahm er den Vorsitz der im Juli des gleichen Jahres gegründeten gemeinsamen Hilfskommission des IKRK und der Liga der Rotkreuzgesellschaften. Im Dezember des gleichen Jahres verhandelte er bei einem Besuch des britischen Ministeriums für wirtschaftliche Kriegsführung über Erleichterungen der Seeblockade zugunsten der Hilfe für Kriegsopfer und die Zivilbevölkerung. Er erhielt für das IKRK die Genehmigung zur Weiterleitung von Paketen an Kriegsgefangene. Karl-Jakob Burkhardt war seit 1926 verheiratet mit Elisabeth D. Reinold, Tochter von Gonzakt D. Reinold, aus der Ehe entstammt zwei Töchter. IKRK-Präsidentschaft Am 4. Dezember 1944 wurde er, mit Wirkung vom 1. Januar 1945, einstimmig zum Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gewählt und damit Nachfolger von Max Huber, der diese Funktion aus Altersgründen aufgab. Burkhardt blieb IKRK-Präsident bis 1948 als Paul Röger dieses Amt übernahm, und war darüber hinaus von 1945 bis 1949 Gesandter der Schweiz in Paris. Seine Doppelfunktion als IKRK-Präsident und Gesandter führte innerhalb des IKRK auf Anregung von Max Huber zur Neuschaffung der Ämter von zwei Vizepräsidenten sowie des Direktorats als ständiges Gremium unter Leitung des Generaldirektors. Um auch bei Abwesenheit des Präsidenten eine kontinuierliche Arbeit des Komitees zu ermöglichen, 1950 wurde er Ehrenbürger der Stadt Lübeck. Da er nach Ansicht der Verantwortlichen Stellen durch die Einstufung der Stadt als offene Stadt wesentlich zur Rettung der historischen Lübecker Altstadt beigetragen hatte, 1957 wurde in Lübeck das Karl-Jakob-Burkhardt-Gymnasium nach ihm benannt. Kontroverse um sein Wirken In seinem 1960 erschienenen Rechenschaftsbericht Meine Danziger Mission 1937 bis 1939 beschrieb Burkhardt sein Wirken in der Freien Stadt, obwohl es schon zu jener Zeit kritische Stimmen zur Zuverlässigkeit von Burkhards Darstellung seiner eigenen Taten und Leistungen gab. So etwa von Hans Mayer oder Gollumann blieb sein Ruf in der Schweizer- und IKRK-Diplomatie bis Anfang der 1990er Jahre unangetastet. 1991 erschien dann eine vom Schweizer Diplomaten Paul Staufer verfasste Biografie, die ausgehend von Quellenstudien unter anderem in Warschau und genauen Text vergleichen am selbst geschaffenen Bild Burkhards erhebliche Zweifel. Aufwarf mindestens drei Darstellungen Burkhards sind nach Meinung von Staufer als unglaubwürdig anzusehen. Der allermerkwürdigste Ausspruch Hitlers über dessen Strategie und künftige Kriegsziele, den dieser ihm gegenüber bei seinem Besuch auf dem Berghof am 11. August 1939 gemacht haben soll, ein Ausspruch, der später in vielen zeitgeschichtlichen Werken als Quelle zitiert wurde. Alles was ich unternehme ist gegen Russland gerichtet, wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, um dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen, und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Kriege aushungern kann. Die Authentizität seines 1956 veröffentlichten Briefwechsels mit Hugo von Hofmannsthal, der umfangmäßig stark Burkhardt-lastig ist, die Datierung eines Schreibens angeblich aus dem Jahre 1938 an die spätere Publizistin Marion Dönhoff, welches deren Widerstandstätigkeit beglaubigte. Die Opferbereite, kühne Stellung, die sie einnehmen, den Widerstand, der von ihren Freunden ausgeht, bewundere ich. Punkt. Auszeichnungen und Ehrungen. Kommandeur der Französischen Ehrenlegion. Ausländisches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ehrendoktorwürde der Universitäten Basel, Grenoble und Lille. Ehrenbürger von Lille. 1949. Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. 1950. Ehrenbürger von Lübeck. 1950. Hansi-Scher-Goethe-Preis. 1954. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 1955. Ritter der Friedensklasse des Ordens Pur-le-Merit. 1958. Willebald-Pirckheimer-Medaille. 1959. Johann-Peter Hebel-Preis. 1959. Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. 1961. Kulturpreis der Stadt Basel. Werke. Klein-Asiatische Reise. Kalwei. München 1926. Maria Theresia. Kulmen. Lübeck 1932. Richelieu. Vier Teile. Kalwei. München 1935 bis 1967. Gestalten und Mächte. Kalwei. München 1941. Erweiterte Auflage. Manesse. Zürich 1961. Erinnerungen an Hofmannsthal und Briefe des Dichters. Schwabe. Basel 1943. Ein Vormittag beim Buchhändler. Schwabe. Basel 1943. Reden und Aufzeichnungen. Manesse. Zürich 1952. Drei Erzählungen. Manesse. Zürich 1952. Vier historische Betrachtungen. Manesse. Zürich 1953. Begegnungen. Manesse. Zürich 1958. Bildnisse. Fischer. Frankfurt am Main 1958. Reprint 2015. ISBN 9783-596-30369-4. Meine Danziger Mission 1937 bis 1939. Kalwei. München 1960. Betrachtungen und Berichte. Manesse. Zürich 1964. Karl-Jakob Burkhardt. Max Rüchner. Briefe 1926 bis 1965. Fischer. Frankfurt 1970. Gesammelte Werke. Sechs Bände. Scherzbären unter anderem 1971. Memorabilien. Erinnerungen und Begegnungen. Kalwei. München 1977. Briefe aus den letzten Jahren. Kalwei. München 1977. Einfälle. Aphorismen und Betrachtungen. Arche. Zürich 1978. Reminiszenzen. Kalwei. München 1984. Briefe 1908 bis 1974. Fischer. Frankfurt am Main 1986. Reprint 2015. ISBN 9783-596-30580-3.